Können Sie das Handy an Ihrer Wange halten, ohne Ihre Hände zu benutzen? Armin Laschet stellt gerade ganz Deutschland vor ein Rätsel. Wie macht er das? Hier ist Punkt 12. Beherrbare Impfgegner. Diese Studie macht wenig Hoffnung. Die allermeisten Impfmuffel bleiben wohl bei ihrem Nein. Und jetzt? Mysteriöse Suchaktion. Sogar ein Feld wird in Posthausen bei Bremen akribisch umgegraben. Doch die Polizei will nicht sagen, worum es hier eigentlich geht. Vom angeblichen Schönheitschirurgen katastrophal entstellt. Susi ließ sich den Bauch straffen, doch das kam dabei raus. Was ist das für ein Mediziner? Unsere Undercover-Reportage mit versteckter Kamera. Donnerstag, 28. Oktober. Hier ist Punkt 12 mit Roberta Bieling. Hallo und ganz herzlich willkommen bei uns. Mit einem Großaufgebot durchflügt die Polizei den ganzen Vormittag schon. Ein Acker in einem kleinen Ort bei Bremen. Mit Spürhunden, Bohrern und Detektoren sind die Ermittler dort angerückt. Und Sie haben uns bisher...